a a a a a Stay in my love Was mache ich hier der? SLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Hehehehe Und willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal Brattern Heute haben wir 5 ICAN-Packs im Rollet Ich wünsche euch viel viel Spaß Die werden immer besser, ja? Also bleibt es zum Ende dran Es ist un... Es ist sehr spannend geworden, Digga Sag Allah Wirklich sehr spannend Ich finde diese ICAN-Rollet sehr spannend Wir sind ja heute Abend wieder live Also schaltet ein, lasst uns versuchen, hier 99 Likes zu schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Danke dafür. Einfach rein da. Ich muss jetzt den hier Bildschirm ausmachen. Ey, jetzt nicht Dreieck drücken. Oh mein Gott, jetzt warte, warte, ich muss erstmal auf Icon. Drück du nix, ja? Was sagt dir, wer wird das? Mal gucken, wer am Ende recht hatte. Warte, ich sag auch einen. Arza, was sagst du? So rate mal. Ich sag immer nicht. Nein, du musst jetzt raten. Kein Wort. Ich sag, es ist, äh, keine Ahnung, warum hab ich... Ich sag Ferdinand. Ich sag Ferdinand. Essien, Bergkamp. Äh, Schmeiche, Hullet, Baby wär krass. Rooney wär krass. Essien wär auch gut. Ich vertrau auf Trogba. Wär okay. Bulgarien, erster Spieler, Stolzgkopf. Wir fangen nicht bei Z an. In drei, in zwei, in eins. Come on. Oh mein Gott. Okay, es ist nicht Stolzgkopf. Jungs, auf Ehre erneut. Es geht nach Tokio, wenn er nach Nakata kommt. Oh mein Gott. Okay, Jungs, es geht rein. Es geht rein. Nakata, ein Hund, wenn Nakata kommt. Ich hab Angst. Wir gehen rein in Japan. Oh mein Gott, Japan 3, 2, bitte nicht. Ah, okay ist es nicht. Nakata. Alle, die Auge gelegt haben. Fuck off, Digger. Wir sind fast vieler Zuschauer. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Ich will YouTube auseinandernehmen. FIFA-Szene wird auseinandergenommen. Vertraut mir. Hier kommen krasse, krasse, krasse Formate. Nicht so die Standardformate. Wir werden Rewards in der U-Bahn ziehen. In der Shisha-Bar. Überall, wo ihr wollt. Ihr könnt reinschreiben, wo ich WL zocken soll, Digger. Im Auto, was weiß ich. Wir ziehen krasse Packs. Berühmte Personen werden meine Packs ziehen. Werden wir bald Interview starten und so, ja. Also, Jungs, seid alle am Start. Ich küsse eure Herzen. Ich weiß, es ist Shevchenko, Bruder. Tut mir leid. Hör doch um damit. Es tut mir leid. 3, 2, 1. Es ist Shevchenko. Guck. Auf Ansage, Shevchenko. Es hängt. Es hängt einfach. Ich f*** DALENT, DALENT. Ich drück ganz leicht. Okay, es geht. Es ist nicht Shevchenko. Oh mein Gott, Digger. Nur noch Wales. Das Letzte ist immer entgegner. Bruder, weißt du noch? Wales ist so ein Endgegner. Ich habe Angst vor diesem Rush. Ich will heulen, bitte. Alle bei Wales sind kacke. Alle bei Wales sind kacke. Jeder ist kacke. 3, 2, 1. Nein! Ja! Wir sind in der Top 9. Wir sind in der Top 9. England. Wir machen Spanien. Shevchenko. Xabi, merkt euch meinen Namen. Sag mich so. Ja! Yes! Entspann dich, Bruder. Wir ziehen jetzt R9, Digger. Alle abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um sowas nicht mehr zu verpassen. Es kommt fast dick. Was passiert dir? Was ist hier runtergefallen? Einfach mal Portugal machen. Ja, für Eusebius. Eusebius ist jetzt drin, Jungs. Einfach mal Portugal. Danke für deine Projekte. Wisst ihr noch, wo ich Portugal gezogen habe? Wo ich Eusebius gezogen habe? Ich habe Angst, es wird so ein Scheiß-Deko! Nein! Ja! Deutschland? Niederlande oder Italien? Ja, okay. Deutschland? Wer wäre krass von da? Ich weiß nicht. Eigentlich ist jeder da krass. Nein. Nein, Lothar Matthäus wäre sehr gut. Ah, mein Kopf. Ich bin mit meinem Kopf gegen mein Bett geknallt. Warte mal, ich habe hier was Geiles zu essen. Chat, guck mal. Es ist gut was. Nein, ich will euch nur kurz zeigen, weil warm ist. Sieht man das? Sucuk. Wie heißt das, Riga? Wie heißt dieses türkische Gericht? Bitte, genau. Drei, zwei, eins. Deutschland ist für Deutschland. Oh mein Gott, es ist nicht Deutschland. Safe England. England ist am wahrscheinlichsten. England ist am wahrscheinlichsten, Liga. Es ist einer von denen, 100%. Wenn Maradona ist es krass. Drei, zwei, los! Ey! Oh mein Gott. Es ist nicht. Oh mein Gott, es ist nicht Argentinien. Kann auch Gutes sein. Ich habe Angst vor Niederlande. Ich auch. Ich habe Angst. Oh mein Gott. In eins! Es wird... Ah! Okay, es ist nicht Niederlande. Es ist okay. Jungs, Frankreich wird es eventuell. Wir gehen rein, Jungs. Oh mein Gott. Drei, zwei, eins. Zidane coming. Es ist kein Franzose. What the fuck? Ich habe Angst vor England, Bruder. Ich auch. Ich wollte es gerade lernen. Ich habe so Angst. Ich habe am Anfang gesagt Ferdinand. Jungs, are you ready? Italien. Der Piero wäre gut. Maldini, Cannavaro. Ja. Ich sag... Was sagst du? Ist es ein Italiener? Ich habe Angst vor diesem Insagi. Die sind 100k. Ja, Insagi wird so reinkacken. Ey, wir gehen rein. Drei, zwei, eins. Italien! Es ist nicht Italien, Jungs. Oh mein Gott. Es ist nicht Italien. Ich sag's, es ist England. Es gibt nur noch Brasilien oder England. Es gibt nur noch Brasilien und England, Chat. Mach Brasilien als erstes. Nein, oder? Aber wenn du England machst, dann wüsst du mir, dass Brasilien ist. Aber wenn du... Aha. Chat, ihr müsst abstimmen. Brasilien, weil da habe ich mehr Hoffnung. Jungs, wir gehen rein. Oh mein Gott. Scheiß drauf, wir gehen rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Drei! Zwei! Oh mein Gott. Eins! Junge, Junge, Mann, Digga. Wir gehen rein! Oh mein Gott. Es ist ein... Es ist... MAAANN! Oh Gott. Halt, Spulja! Drecksspiel! F***er Leben, Alter! Drecksspiel, Mann! Für was machen wir so viel Aufregung, Alter? Junge, Alter! Lämpert, den Schlechtesten! Junge, bitte. Ich fang an zu heilen. Für das Eiken-Pack gibt er Linikab. Den wir gerade gezogen haben, Bruder. Alles klar. Zwei. Eins. Es ist nicht Deutschkopf. Alter, Jungs, Ghana in drei, zwei, eins! What the f***er. Jungs, wir gehen rein. Wait, bitte nicht. Drei, zwei, eins! Deine Follow, Jebote! Flex Live! Danke für den Follow. Ich küsse dein Herz. Okay, mit was fangen wir an, Chat? Was jetzt am meisten gespam wird, nehmen wir. Fangen mit England an. Guck, Niederlande. Niederlande ist sehr wahrscheinlich. Ukraine habe ich schon gemacht. Schalker-Junge heißt Small, Digga. Geh in die zweite Liga. So ein Ding ist das. Wisst ihr was? Ich fange mit Deutschland an, Digga. Ich fange einfach mit Deutschland an. Drei, zwei, eins! Oh mein Gott! Ballack! Ballack ist okay! Ich wusste einfach... Ich wusste irgendwie, dass es ein Deutscher ist, Digga. Was kostet Ballack? Oh, oh. Oh, ganz bitter. Mach den Monitor aus, ich öffne. Was glaubt ihr, Chat? Warte, was glaubt ihr, wer es wird? Mal gucken, wer richtig callt. Jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, ob einer was richtig sagt. Was glaubst du, Franco? Was hast du ein Gefühl so? Ich habe das Gefühl, das ist schlecht. Ich habe mein Alter noch nie Glück gehabt. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, wirklich Italien irgendwie. In Sagi. Nakata, oh Gott, ich habe sie dort. Hiro, Skull. Philipp, Perl, oh Gott. Figo, Figo war okay. Dalglish, Lampard wäre minus. Ballack, okay. Nakata, Roberto Carlos, Hernandez, Schweinsteiger. Fernandes ist übrigens gut. Pires, oh Gott, Gerrard. Fernandes war gut, Fernandes. Trogba, 3, 2, 1. Oh, okay. Kamerun? Kamerun, komm. Nee, Finla. Oh, Finla. Junge, Finla, Alip Manu, Junge. Das ist wirklich, glaube ich, eins der Schlechtes. 3, 2, 1. Ja. Oh mein Gott, Bruder. Ghana, Isian, wärst du zufrieden? Ja. Er sagt Nusred. Japan, Nakata, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Nicht Nakata. Bitte nicht Nakata, Jungs. 3, 2, 1. Oh mein Gott, danke, dass das nicht Nakata ist. Ito. Das war nicht Ito. Die sind so selten Ito und so. Gehen weiter. M, Mexiko, scheiße. Hey, Hannan, das haben auch viele gesagt. Ist okay. Ich bete zu Gott, dass es Schweinsteiger wird. Bete mal so auch generell zu Gott, anstatt nur, dass es Schweinsteiger wird. Wir gehen rein, Mexiko. 3, 2, 1. Bob Marley. Bitte nicht. Es ist einfach Sanchez. Das ist jetzt nicht so eine Katastrophe. Das ist keine Katastrophe, aber... Alles besser als Katastrophe. Ja, alles besser als Katastrophe. Der kostet 400k, 400k, Bruder. Ey, pass auf. Ey, drück jetzt nichts, ne? Du kannst auch aufmachen. Mach du das einfach... Wie Angst hat. Nein, oder nein, nicht, dass du auf einmal auszusehen A drückst oder sowas. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich A, oder? Wir spielen doch Xbox. Uffs. Wir spielen doch Xbox? Ah. Fang mal ganz... Boah, uff. Fang ganz hinten an. Fang ganz hinten an. Nein, ich fange immer bei Bulgarien an. 3, 2, 1. Ja, ist es nicht. Ich weiß noch einmal, wir hatten direkt Stolchkopf einmal. 2 richtig Mieter. Mach einfach. 3, 2, 1. Oh, Mann. Es lädt so lange, Marco. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Ghana. Ghana, Ixen wäre stark. Ixen wäre stark. Bist du zufrieden? Na, okay. 3, 2, 1. Ixen. Schade. Mach Japan einfach zuerst. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nakata. Es ist einfach Nakata. Nein. Kroatien. Kroatien. Suka. Okay. Eto. Wer ist stark? Wer ist sexy? Eto. Weißt du, was wir vergessen? Doch, nicht mit Kudaz gezogen. Iconpack. Ah, scheiße. Gut, gut. Lass aufhören. Ich mache mich mal, wie wir das Skandie Icon vorbei. Wenn das Skandie Icon, Jungs, sie haben mich mit Kudaz geöffnet. Das war der Fehler. 3, 1. Oder wenn deine Icon, oh geil, so hat er Bits auch eine mit, oder mit 4 Sterne Skills Minimum. Ach, so'n Ding ist das. Nigeria, Nigeria. Ja, ja, J.J. Okocha, den Bits auch haben, wahnsinnig. Bruder, nicht jetzt, also nicht deine normale Karte. Mach einfach, mach einfach. 3, 2, 1. Es ist einfach J.J. Okocha. Wait, so dann sind wir in der Top 9. Mach auf. Der Account gehört den, äh, den, äh, wie haben die dich genannt? Weiß ich nicht. Den zittrigen oder so? Den zappeligen. Den zappeligen. Mach einfach auf. Lichtenergie, Glück und Erfolg für dein FIFA-Pack. Und Ram, Schjam, Ein, Riem, Schrie. Jungs, 3, 2, 1. Wait, ich habe Angst. Ja. Ich bin in der Top 9. Was machst du? Sag mal einfach Stopp. Sag mal einfach Stopp. Ich beweg' hin und her. Okay. Mach einfach, sag einfach. Ja, lacht wohl. Da gehst du mal Augen zu, beweg' Stopp. Warnieren. Ich warne. 3, 2, 1. Okay. Sollen wir wieder so machen mit Stopp? Sag mal, mach du dieses Mal. Ich sag Stopp. Okay. Machst du schon? Ja. Stopp. Italien. Oh, was ist das? Mach einfach. Mach einfach. Italien, 3, 2, 1. Oh mein Gott, ja. Warte, ich bin, ich mach wieder. Bitte sein Brasilian. Ich guck weg. Guck weg. Ich guck weg. Stopp. Nein. Nein. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Warte. Sag Stopp. Sag Stopp. Stopp. Ja, okay. Komm hier. 3, stopp. Malediven auch gut. Mach du weiter. Also mach du jetzt. Drück A und so. Nee, das kam wirklich an Deutsch. Wer ist denn bei Deutschland gut? Matthäus ist stark. Ja. Das war es eigentlich auch. Der ist kacke, ey. Ja, mach einfach, mach einfach, mach einfach. 3, 2, 1, bitte, nein. Ja. Mein Gott, gar nie mehr. Bitte, wir haben noch... Mach einfach England. Mach einfach England. Mach einfach England. Nein, England ist so wahrscheinlich, weißt du? Mach einfach England, Bruder. Mach... Warte, mach einfach England. Mach einfach England. 1, 2, 1, Portugal einfach. Tamam, mach, mach, mach. 3, 2, 1, Eusebio. Okay. Also gib her, lass mich machen. Ich will... Nicht England. Was kann Holland sein? Holland kann... Nein, ich mach hier Argentinien. 3, 2, 1, Eusebio. Oh mein Gott, ja. Okay, gut. Oh, mach mal du. Mach du mal bitte. So wert. So aufgeregt. Ich bin so lost, Digga. Okay, Jungs, wir haben nur noch England, Frankreich und Brasilien. Mach Niederlande. Ach, Niederlande haben wir auch noch. Mach Niederlande. Habo. Keuf wäre so schmackhaft. Cool. Niederlande ist auch sehr... Warte, es gibt's Niederlande. Von Persi wäre auch gut, Bruder, weil... Ja, stimmt, der ist auch... Der ist stark, glaube ich sogar. Ja, ist ja gar stark, ja. Mach einfach auf. 3, 2, 1, Oh, ja, gut, dass es die nicht sind. Also, wir haben noch England, Frankreich und Brasilien, Bruder. Geht per ne, warte, ich will. Nein, wir machen jetzt entweder Frankreich auf. Ich würde sagen, wir machen Frankreich auf. Geht per ne, warte. Warte, warte, tack, tack, tack. Warte, 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 sollen wir hier können wir wirklich mit Verteidiger und so machen? Tom, man. Verteidiger, Frankreich. 3. Es kann, glaube ich, nur Sidan und Viara. Oh, du hast einfach geöffnet, Bruder. Jetzt kann Cantona oder Ori. Oder Ori. Sie geht, sie geht, wir sind richtig kacke. 3, 2, 1. Okay, es ist kein Franzose. Es kann nur noch ein Engländer oder ein Brasilianer sein. Bruder, guck mal, wir waren ganz stumpf jetzt einfach, wir gehen in Brasilien und Bruder, wenn Brasilien nichts ist, dann ist halt Wohle da über England. Nein, Mann. Okay, weißt du, wir machen immer in Brasilien, aber auch so mit Verteidiger und so. Tom, man. Oh mein Gott. Jungs, warte, warte, langsam, langsam, warte, Jungs, wenn es jetzt einfach Pelé ist. Ja, warte, wer ist denn krass bei Brasilien? Pelé? Ronaldo? Ich sag jetzt mal, ich sag jetzt, Bruder, ich sag jetzt mal so, guck mal, wenn ich sogar ein Roberto Carlos kriegen würde, wäre jetzt nicht, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt krank freuen. Soll ich machen? Drück in 3, 2, 1, 0. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt England, Verteidigung. Und dann wechseln wir immer ab. Sag mal, boah, also England, Verteidigung, Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, aber Campbell und so. Campbell auch noch. Guck mal, ich mach jetzt. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Die Brasilien-Mittelfeld. Kaká, Ronaldinho. Oh mein Gott, Jungs, lass ein Like da. Ich weiß, gibt es Rivaldo und so noch? Bruder, ich zitter, ich meine das ernsthaft. Zitterst du wirklich? Der war das Filet. 3, 2, 1. Kaká. Ey, nehm ich mit. Kaká, Jungs. Es ist ein Brasilianer geworden. 5 Sterne. Oha, der 5 Sterne hab ich gar nicht gewusst. Wie teuer ist der? Was kostet Kaká, Jungs? Kaká ist win. Kaká ist win. Kaká, Kaká, nehm ich mit, Bruder. Also natürlich so ein Filet, natürlich. Ey, Kaká, 790k. Wow, zeig mal seine Ingame-Werte. Dribblingsstark, also ist ein guter Zehner, auf jeden Fall. Der ist stark, Digga. Das ist ein perfekter Zehner, ne? Mit 5 Sterne ist es gut. Der ist, der ist stark. Kaká ist cool. Das ist ein perfekter Zehner.